Herzlich willkommen alle miteinander hier zu diesem weiteren Video hier auf meinem Kanal Russische Welt TV. Abonniert auf jeden Fall auch meinen Kanal, dass hier mal die 50.000 hier langsam voll machen. Also die russische Offensive zur Einnahme der Stadt AfD-EFK im Donbass, also die Stadt neben Donetsk, dauert weiter an. Der Würgegriff, die Schlinge um die Stadt zieht sich von Tag zu Tag immer weiter zu. Klar kann natürlich die Propaganda des Kiewer Regimes und die westliche Propaganda noch so viel schreien und erzählen von irgendwelchen 150.000 zerstörten russischen Panzern oder 400.000 getöteten russischen Soldaten. Was sie übrigens in den letzten anderthalb Jahren meistens immer dann getan haben, wenn es für ihre Seite nicht ganz so läuft. Ja, das nun mal nebenbei. Aber das alles ändert dennoch nichts an der Tatsache, dass die Russen immer weiter vorrücken und sich die Schlinge um auf DFK, wie gesagt, immer weiter zuzieht. Immer wieder wird ja auch, auch übrigens von verschiedenen westlichen Vertretern auf DFK immer wieder mit Bachmut verglichen. Unter anderem jetzt auch, glaube ich, vor zwei Tagen von Zelensky selbst in seiner Videoansprache, wo er irgendwie meinte, dass die russische Armee jetzt bei der Schlacht um auf DFK am Tag sogar mehr Soldaten verliert, angeblich als bei der Einnahme von Bachmut. Ob das wirklich so ist, sei mal sehr dahingestellt, aber dennoch hat er diesen Vergleich gezogen, gewollt oder ungewollt zwischen DFK und Bachmut. Und das Schicksal von Bachmut, Artyomovsky, wie es ja jetzt heißt, ist ja bekannt. Und auch unser alter Freund Julian Röpke von der BILD hat jetzt vor drei, vier Tagen ungefähr mehrere Tweets zu diesem Thema auch abgesondert. Und das wie gewohnt in seiner theatralischen und emotionalen Art, aber dennoch schauen wir uns das mal an. Also die Tweets, beziehungsweise der erste Tweet auf jeden Fall, war wieder auf Englisch. Ich habe jetzt wieder die automatische Übersetzung dort eingeschaltet. Ich denke mal, dass der Sinn da trotzdem gut rüberkommen wird. Hier schreibt er nämlich, die Situation für die ukrainische Armee verschlechtert sich in DFK, da die russischen Streitkräfte Stepavoya erreichen, nachdem sie die Eisenbahnschienen nördlich der Stadt gesichert haben. Wenn man den Trend der letzten fünf Offensivwochen und die elfmonatige Einnahme Bachmuts bedenkt, ist das ziemlich besorgniserregend. Auch hier die Parallele zwischen DFK und Bachmut. Ja, und dann hat er wahrscheinlich irgendwelche Kommentare bekommen, von wegen, ja, hör mal auf, hier so welche Meldungen zu verbreiten und so weiter. Also wahrscheinlich von irgendwelchen pro-ukrainischen Accounts. Hier scheint es wohl eine Art Antwort zu sein von Herrn Röpke. Hier schreibt er, aber sie wurden in Stepavoya zerschlagen. Ja, genauso wie sie vor einem Monat drei Kilometer östlich zerschmettert wurden. Ich kann Ihnen auch ein Dutzend ukrainischer Dörfer zeigen, in denen sie nördlich, südlich und östlich von Bachmut zerschlagen wurden, in Anführungszeichen, bevor sie die Stadt eroberten. Genau das meint mein letzter Satz. Oder genau das bedeutet mein letzter Satz, wäre hier wohl. Die etwas bessere Formulierung. Okay, der dritte Tweet ist ausnahmsweise mal auf Deutsch. Das ist doch schon mal sehr gut. Hier schreibt er, keine guten Nachrichten aus der Ostukraine. Russische Truppen versuchen, auf DFK dem Schicksal von Bachmut hinzuzufügen. Die Ukrainer wehren sich mit Händen und Füßen, aber der Abnutzungskampf mit zehnmal so vielen russischen Opfern wie ukrainischen können sie kaum gewinnen. Gut, wo er jetzt die Zahl hernimmt mit den zehnmal so vielen russischen Opfern, das sei auch nochmal sehr dahingestellt. Wahrscheinlich aus irgendwelchen ukrainischen Quellen. Wenn man denen jetzt Glauben schenken würde die letzten anderthalb Jahre, so hätten ja die Russen jetzt überhaupt keine Soldaten mehr und die Ukrainer würden schon vor Moskau stehen. Aber gut, das sei mal, wie gesagt, dahingestellt. Ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass die Russen hier immer weiter vorrücken. Und dazu ist jetzt heute auch gerade ein Statement des britischen Geheimdienstes erschienen zu diesem Thema, die ja auch garantiert keine Freunde Russlands sind. Ganz im Gegenteil. Wo ebenfalls von russischen Fortschritten bei und in AfDFK die Rede ist. Dazu schreibt jetzt unter anderem die Welt folgendes. Hier die Überschrift. Russland macht laut britischen Geheimdiensten Fortschritte im Kampf um AfDFK. Britischen Geheimdienstinformationen zufolge haben sich die russischen Streitkräfte bis in die Nähe des von der Ukraine gehaltenen Chemiewerks AfDFK vorgekämpft. Gut, der zweite Satz ist hier weniger relevant. Gehen wir mal weiter. Die russischen Truppen haben nach britischer Einschätzung zuletzt Fortschritte im Kampf um die ostukrainische Stadt AfDFK gemacht. Russland versucht mit ziemlicher Sicherheit mit einer Zangenbewegung die Stadt einzukreisen, teilte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Die jüngsten Vorstöße haben die russischen Streitkräfte wahrscheinlich in die Nähe des von der Ukraine gehaltenen Kokerei- und Chemiewerks AfDFK gebracht, hieß es in London weiter. Dem weitläufigen Industriekomplex, in dem der Brennstoff Koks und verschiedene Chemikalien hergestellt werden, komme eine strategisch bedeutende Position im Norden der Stadt an einer der wichtigsten Hauptstraße zu. Würden russische Truppen das Werk erobern, würde dies die Versorgung der ukrainischen Verteidiger erschweren, hieß es in der Mitteilung. Allerdings verschafft die Industrieanlage der Ukraine einen lokalen Verteidigungsvorteil und die russischen Streitkräfte werden wahrscheinlich erhebliche Verluste erleiden, wenn sie versuchen, die Anlage anzugreifen. Also ihr seht, es sieht ziemlich schlecht aus jetzt momentan für die ukrainische Armee im Bereich AfDFK und das Schicksal dieser Stadt ist jetzt faktisch auch schon besiegelt. Das versteht man offenbar jetzt langsam auch im Westen. Die einzige Frage, die sich hierbei natürlich stellt, ist die Frage der Zeit, ob es jetzt ein paar Tage dauern wird oder eher ein paar Monate. Wahrscheinlich irgendwas dazwischen, würde ich jetzt mal vermuten, hängt natürlich auch zu einem gewissen Grad von der Entscheidung des Kiewer Regimes ab, ob sie ihre Truppen vorzeitig und rechtzeitig vor allen Dingen aus dem Kessel abziehen oder ob sie sich dafür entscheiden, die Stadt um jeden Preis zu halten, solange es geht, wie es ja auch schon im Fall von Bachmut der Fall gewesen ist. Und so wie es übrigens auch Hitler im Fall von Stalingrad getan hat. Aber dass Russland diese Stadt früher oder später einnehmen wird, das ist völlig offensichtlich. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.